Schnellen, schnellen! Ist denn das Preisverhalten bei Amazon, wird das eher günstiger Richtung Weihnachten oder? Ja, jetzt die Woche war die Cyber Monday-Woche. Da hat er schon die ganze Zeit mit Angebote, aber ich denke, dass sie gegen Weihnachten weiter Angebote machen. Komm! Komm! Zum Platz! Auf dich! Komm! Komm! Verlängern! Komm! 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 Ich habe es jetzt langsam ausdiskutiert. Wir warten noch dran. Ich habe es langsam ausgedrückt. 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 Komm, komm, komm. Komm, sieh, wir sind stolz! Das ist ein Rast hier. Vorne gleich, erst einmal. Wir sind auf! Steht es 1-0 in Haching, für uns? Für uns? Oh, gute Nachricht. Ich bin Wien der Erste. Über den Sommer war dann noch besser. Das ist noch ein langer Weg, dann dort. Hachinger muss man die Maschinen direkt durch, gell? Die Regensburger. Ah, Regensburger. So kann es dann gehen. Ja. Hachinger war es umgekehrt. Die waren hinten. Drei-1 für die anderen. Hachinger war sie, um die Hände zu machen. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Jetzt passt der jetzt. Wir haben jetzt gerade schon gehört, wie wir ihn mit Gang bekommen. Ja, was wir vorhin verballert haben. Nein, keine Abschweiz. Nein, keine Abschweiz. Nein, keine Abschweiz. Nein, keine Abschweiz. Okay. Der ist früher als kurz. Oh, unterwegs. Hey, hey, hey. Manni, geh weg. Manni, geh weg, du springt nicht mal. Das ist doch, Mann. Es ist unsere Zeit. Ja, Spül. Spül nicht so hart, Mensch. Kommst du nicht so weit? Der kommt wirklich nicht so weit. Wir geben ihn. Wir haben da rüber, Sieger und Waffen. Hey, Holger! Komm, komm! Geh, geh, geh! Na gut! Geh, 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 geh! Dann die Bleiben! Lukas, Lukas, Lukas! Bleib, 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 bleib! Gut, geh, geh! Geh, geh, geh! Hans, 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 Hans! Ja, Alter! Ja, der war zwei Tagehard. Eines spielt raus. Was? Das war klar. Was hat der Schiri denn erwartet, wenn er jetzt die ganze Zeit zum Scheiß pfeischt? Ai, 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 ai. Was soll ich denn erwarten? Hier ist der Sauber da hinten! Machst du einen? Machst du einen? Der Pfeif hat, ist eh vorbei. Ungerecht! Super, Schiri! Voll deine Hand! Ich kriege, ich kriege! Ich kriege! Ich komm! Es ist jetzt noch nie ein Stimmengewirr! Es war ein FYI, ich kriegt noch nie ein Vorgang! Ich kriege, es war ein kurzereser Tor. Ich kriege, die schüttelende Stimmen, ich kriege, die Schüttel trinken. Zitulan ist nicht in der lingua... Naja, die Schüttel sind nicht in der Pfleur, Häh! Das ist ein Sehweh. Habt ihr es jetzt bald? Unsere Zeit. Eieieieiei. Wieder mal das Spiel verhauen. Man, man, man. Man, man, man. Erste Halbzeit noch so gut drauf gewesen und zweite Halbzeit geht man ja voll in die Hose. Vorne machst du die Dinger nicht und hinten kriegst du es nein. So, jetzt ist Winterpause. So. 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 So.